So ne Botox-Männer da. So ne Botox-Männer. Ey, ich hab noch nie mal ne Waffe gefunden, ihr Idiot. Nein, du musst die Dinger kaputt hauen in den... Ah. Das ist... Montana Black, Alter. Ja. Ähhh... Es ist ein Monster. Nee, erst mal Monster weg zwischen... Juhu-Juhu! Wir sagen, ok, los geht's. Genau, Folge 50. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Erst mal Monster weg zwischen... Ja. Wie Börs-Day. Ist da grad schon jemand gestorben? Ja, Moin, ich hab noch 16 Leben. Hey Timo, Timo, wenn ich dich sehe und du saß weg zwischen, dann mach ich die weg. Was geht hier gerade? Was passiert hier? Ich hätte gerne mal ne bessere Waffe. Ist scheiße. Geil. Mal runtergefallen. Wo bist du? Wow. Ah, ne Gali. Alter. Der hat mich fast Endres mal getötet. Das heißt, sie kann doch gut sein. Eww! Oh, mir steht die Leorn. Ah, sie ist wohl die Patroniniert. Wer ist adminiert? Ah, 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 wer ist adminiert? O ne niiiin, schlechte Abisprache. Ah, mit. Waden gehen. Abīmation. Ey, Leon. Alter, wieso bist du low? Weil ich runtergefallen bin. Habe ich vorhin am Anfang gehört, und falls du nicht zuhören kannst. Get low, get low, get low. und das ist die die jetzt ist er noch nicht sagen dass ich mich nicht immerhin immerhin nein immerhin dass die länder sein dass diese runde mal vertraut sind auch so wie es damit er will in der hauptsache die das war mal was man muss um die spielte es kommt das ist nicht so ein paar Finmüller 17 So, so, tut man So, so, tut man Oh mein Gott Ah, wow, Alter Ich spring im Wasser Wuhuu Cool Tim und die weg, ne? Ich bin wieder da draußen Ist ok Ich muss eh wieder töten Ich meine, er hatte Super-Aim Ich war zwar so süß Was? Ich hab Super-Aim, ja? Bitte, Alter, da war ich doch mal locker angetrunken, doch Da sind wir auch erst so spät abgekommen Irgendwie kamen wir so mal, als wäre ich gar nicht lange da gewesen Los, du kriegst rum, irgendwie, ne? Weil du drei Stunden saufen in der Elke lachst Da war, da war's, da mussten wir auch dranbleiben, weil das so vereiselt hat Max, stimmt, Alter Okay, find Endes und Wer ist denn bei den Bäumen? Ey, was? Endes und Oh, oh, oh Geh weg Get low, get low Weg Ey, ey, ey Das war ich nicht Das war Tore nicht Das war Tore nicht Nicht Da schießt noch irgendwer Ich schieß Dinger Weiß, wenn so jemand auf sich schießt, muss einfach sagen, wer nicht auf dich schießt Wieso? Ja, was ist das? Ich will dir auf das Ich will dir auf das BAM So Ey, also Wahnsinn, du bist voll scheiße, oder nicht? Ich finde es immer gemeint, dass du mich ohne Grund tötest manchmal Leute, was geht ab, Leon Es ist vielleicht auch besser so, dass nix passiert Es passiert nichts Es passiert nichts Es ist Leon Ja, stimmt, ne? Ich bin mir dreimal runtergefallen Mann, das ist echt so ne Argumentation, um... Ich warte, ich kann warten Ich bin... Sniperwolf Mann, ich bin noch am Anfang runtergefallen Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass du so vorsichtig bist Guck mal, ich schmeiß mal ne Insta Ja, ich bin nämlich gerade im Traitor-Menü, deswegen kann ich mich auch grad nicht bewegen Scheiße, ihr Wurstler Hab ich auch noch ne Granate? Hier Was? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich war noch ne Granate Hatem, hier Ich stell mich auch selber rein Oh, bis du hört Au Wuuu Nein, ich war das Ich hab die Wand tot geschossen Pfot geschossen Pfötus Fötus Du bist Wounded, Endres Wounded Ja, weil ich fünfmal runtergefallen bin Ich hab ja immer noch so ne Verdächtigung auf Finn, ne? Alter, okay Finn und ich sind das Hallo Ja, ich, ich und Timo, Timo, nein Und Fräsenjunge Vielleicht die geben wir noch Leon Ja, ist ja okay Ich werde jetzt für Leon und Timo und dann die Fräse, der Fräsenjunge und die FF kommen Ja, ich wollt grad sagen Wir sind ja nicht alle gehört Alles hört, ey Nee, ich bin fünfmal runtergefallen Fräse-Traitor-Duo kann heute gar nicht entstehen Ja, die Map werde ich jetzt zum Runterspringen Ist das Leon? Alter Ich glaube Leon und Endres ist das Hier konnte man dem vertrauen, ne? Okay Okay Boah, Alter Wieso hasst die mich alle? Weil ja nicht ihr denn alle Ja, Leon, ja Leon kommt auf mich zu mir Ähm WOAH Ich war das übrigens wieder, ne? Ohohoh Ey, Traitor-Kollege, du hast mich mit abgeballert Ja, Leon, okay Oh, Wessel So Hab ich gemacht, ich hab den gemacht Ah Wer schießt da noch? Hab Leon gemacht Der war das nicht Hä? What the fuck? Hey Scheiße, das war absichtlich Lieber Traitor-Kollege Und ich konnte mit 16 Leben weiter nix mehr machen Ja, das war absichtlich Ich wollte euch ein bisschen triggern, ja Ja, das war absichtlich Ja, das war absichtlich Hättest du schreiben müssen Ich war's nicht, ja? Hast du den Brandlag gemerkt, den ich davor noch hatte? Ich wollte eigentlich einen abstecken, aber ihr wart alle viel zu vorsichtig Äh, 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 Traitor-Kollege Wenn du noch nicht mounted ist, dann machst du die nicht one shot Ich tue nicht, was das denn für eine Scheiße ist Ah, Tim Da, da, da hat er schöne Minuspunkte gefarmt, würde ich sagen Oh, jawoll Ich bin gestorben Ich bin gestorben Ich bin gestorben Ich bin gestorben Ach, ich bin gestorben tengo die sao Tja, dachte ich brauch noch nie..... Äh, häaa huh vomit Noch nie so gefreut und random gekillt zu werden Eigentlich hätte man Finn mit der Crowbar wegmachen müssen Oh, ich hab's nicht so schlimm. Ui, ich hab's nicht so schlimm. Aber ich hätte mal an dich mal brenzieren müssen. Die Crow war nicht die Alligator war. Oh. Oh. Alter. Das war ja nicht mal sinnvoll. Der war richtig schlech. Der war schlechter als die von Tim meistens. Schlechter als Wurf. Hey, was soll's denn jetzt? Ich bin nur echt innocent. Hey, wake up. Musst du mich mal ganz kurz nennen. Hit further ACTIVATE! jagdra Flach Ich muss die gar nicht. War laut. Ich hab eine Secondary. Eine Zecke. Ich hab eine historicalon Phoebe. Knallalalaaa Kennst ihr schon Dieter Igel? Musst du ihn unbedingt mal kennenlernen. Spaß hier und moring. Ich kenn nur Adolf Hitler. Alter Ich glaub, es ist Tore. Ich glaube. Was? Tore, wieso? Was war das? Was war das? Was war das? Witzig! Was? Ja. Ich beobachte die Lage von oben. Wie ist die Lage? Es ist hundertprozentig Oberchef. Ich sag's euch Jungs. Bald bin ich auch bei Alex. Das hast du verwutert. Mach falsch. Kannst doch krachten mal natürlich. Kuscheln sie in deine Ecke. Oh oh. Der will weg vom Geschehen. Der hat Angst. Der hat Angst. Ich bin Traitor. Schieß noch einmal. Soll ich noch mal schießen? Ja, wegen mir. Komm Tore, willst du mich abknallen? Hast du die Eier? Bist du Traitor oder was? Willst du mich abknallen? Bist du Traitor? Oh, ich hab mal Angst. Es ist jetzt der ultimative Punkt gerade. Spass noch nicht. Das ist Standard glaube ich. Mann, Alter. Diese blöde Maus gezählt. Jetzt muss ich meine Maus über das ganze Ding bewegen. Tore steht oben. Alles klar. Dann halt nicht. Da wurde weggemacht. Tim, 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 Tim. Ihr seid alles Idioten. Ich hab gar nichts verstanden. Es ist gar nichts passiert, ihr Idioten. Ist es, Nigga, hat nichts passiert? Ups. Ich war es echt nicht. Ah, Tim Basher. Tim Basher, Tim Basher, ich liebe dich. Musik ist aber schon ein bisschen laut. Alter. Ja, die musst du leiser stellen. Wo mach ich denn das? Äh, irgendwo mit Einstellung. Option. Das war die Musik leiser. Ja, die ist echt laut. Ja, sicher. Die ist echt laut. Wo ist er, wo ist er? Ich darf ja gar nicht. Fini ist es doch. Ich bin's ja. Dick ist nicht leiser geworden. Hä? Doch, das geht. Ich muss das auch machen, wie die Echte am Anfang wie laut ist. Also irgendwie hat doch nichts geholfen. Hahaha. Was ist passiert? Tim, 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 Tim. Ach was! Alter, das ist so schlecht, Tim. Alter, sind alle tot gewesen. Ich hab sogar Tim geschrien. Alter, Tim, Tim, ne? Wie du mit dieser Grenade in die Fresse geballert hast, ne? Ich hab nichts mehr gehört. Nur noch ein Piepen. Das war so krass. Das war's ja auch nicht. Ich guck ja, wo ihr gebatht. 15 Punkte. Was ist das, Alter? Ich hab drei Leute weggemacht. Ich hab einen. Ja, wieso hast du 15? Fünf? Ich weiß anders vorher schon einen Trailer gekillt hat. Ey, Leute, wie hast du den aufgehängt? Geh. Geh. Und dann nur wegen dir wieder. Ohne Scheiß, Alter. Das freut mich. Wirklich, ich war noch nie so glücklich. Warte, hab ich Filme mit der Chroma gekillt. Ich bin so stolz. Ja, die ganze Zeit in der Soundoption. Man sieht so, wie ihr immer näher kommt. Hä, was? Von oben. Ja, warte. Ich hab noch zwei... Ah, nein. Scheiß gern. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Hast du echt Lustig hier? Hm? Der Schaul ist ja gar nicht leichter geworden. Oh. 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 Ich hab auch Tore weggemacht. Alter, wie ich diese Nate in die Fresse bekommen hab. Und dann leckst mich am Arsch. Ich bin dann ruhig geworden. Das war so leise. Das fühl ich nicht. Das fühl ich nicht. Der kurze Moment der Ruhe. Hab ich so noch nie erlebt in meinem Leben. Ich war doch glücklich. Nein, nein. Das war ich nicht. 5,17. Tore ist, Tore ist, Tore ist, Tore ist. Mit Betonung aufzunehmen. Ich geh jetzt auf die Sniper-Pose, damit sich alle drüber aufregen. Okay, okay. Dann können wir jetzt legen. Weil das uns aufregt. Das geht nicht. Wo ist das? Na, du, Ento? Na, du, Ento? Alter, wenn du mit der Farmer zoomst, das sieht richtig aus. Alter! Endres schießt wirklich auf mich. Na, Tore? Na? Timo, Schatzi? Ja, dann geh weg. Oh, Leute! Oh! Hab ich dich getroffen? Echt jetzt? Ja, ich bin der Sniper. Äh, nee. Ey, wer hat denn auf mich geschossen? Ich bin das aber nicht. Ich bin das wirklich nicht. Du darfst mich auch gerne einmal... Ups, ich hab meine Waffe weggeworfen. Einen Moment bitte. Endres, wieso wirst du hört? Leon hat mich angeschossen. Ja. Weil er auf mich geschossen hat. Dann hab ich ihn auch schnell hingetroffen. Weißt du es nicht? Ich bin es aber nicht. Boah, jetzt hab ich den Minuspunkt, da war ich nicht angeschossen. Aber der kann nicht wahr sein. Also Flagler ist ja der S-Traiter, ne? Timo? Timo hat keine Sniper. Timo hat aber ne AUG. Ne, ich meine nicht. Timo gelegt hat. Aber ich hab erst zwei Schuss abgegeben. Ich wollte nur sicherstellen, dass Timo gelegt hat. Ach, ich geh wieder runter, komm. Ned Bains sind wir. Wollte nur mal sagen, dass auf mich schon geschossen wurde, ne? Ich wollte nur sagen, dass Timo was rumstellt. Alter! Schreck mich doch nicht so junger. Timo ist schon ziemlich dreist. 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 Ah, hallo. Was denn? Was war das eben? Wie hast du rumgestanden? Wo war, wo seid ihr denn? Ich hab auf den Dinges geguckt, da hinten. Den Spot. Ich hab auf den Spot geguckt. Ja, hä, wenn ich im Traitershop bin, glaub ich doch weiter. Kannst du weiter geradeaus laufen. Echt? Findes, der macht Traitershop, der schon auch gerade rum und hat nichts gemacht. Hallo. Fluchte Kacke. Ja, wo ist der? Gibt das sogar zu? Oh, Kacke. Spür ich da... Wow. Endres. Ein bisschen Reue. Endres. Endres hast es nicht geschafft. Hat Finn wohl gemacht. Hallo Timo. Oh lord. Oh, hier liegt der. Hier liegt der. Ich hab ihn gefunden. Das ist echt... Das ist echt ein bisschen traurig. Da ist Timo. Ja, hier liegt der doch. Du bist mir noch wenig abflogen. Wo war der zuletzt? Wo war Finn zuletzt? Bei dieser Baumreihe ganz recht. Wer ist da? Das ist Timo. Okay. Hast du ihn? Hast du ihn? Er ist tot. Von? Mich wollte gerade jemanden umbringen und bin ich gestorben. Er denkt, dass ich gestorben bin, aber ich bin nicht tot. Wow. Toll. Moment. Ja, Endres. Nee, Endres ist tot. Moment. Tut mir leid. Das ist Timo, oder? Das ist Timo. Ja, ich bin so cool. Ich bin die Technikonen. Es ist so lächerlich. Sehr gut. Das haben wir verloren. Ja, wow. Das war so gut, Timo. Ich hab doch keine Lust mehr. Ich hasse dieses Scheißspiel. Ich hasse Shooter. Mann, ey. Weiß dich killen, Trait. Ey, aber habt ihr das nicht verstanden? Habt ihr das Spiel nicht verstanden? Fresse halten. Timo. Ich will wieder Abenteuer auf dem Reiterhof spielen. Oh, ich will dieses Spiel hier nicht mehr spielen. A強, wie du weißt. Das war so lols. Muss doch jetzt echt nicht sein! Der Prisiko ist schön. Auch maang. Ich mag das nicht. Ich hab auch nur wieder, nur scheiß Waffen, ey. Das kann ich nicht .. Ja, man kann besser dann sammeln. Nein. Ah! Es war so gut, Timo. Ja! Boah, ich wär fast gestorben und... Mann, das ist einfach wahr! Und er bratzt ihn so richtig... Timo, du dachtest, du dachtest wirklich, dass er gestorben wär, oder? Wie durch bin ich gestorben? Das hat Timo auch noch gefragt. Der Timo hat dich von hinten weggebratzt. Ich wollt grad sagen, Finn hat gar nicht geschossen. Ich war auf Finn mit dir. Nee. Boah, ich hab Finn richtig nice. Bam! Dann hab ich eh... Oh, der Timo! Timo noch... Entweder so, dass ich gleich hier so weg... Entweder, wo ist er denn? Das hab ich noch. Dann hab ich und Timo das so gemacht, dass er das nicht war und dann fertig. In der Ecke lagst du. Boah, ihr seid ja so geil, ne? Boah, ihr seid ja auch mühe. Boah, Hammer, Alter. Ja, dieser Überloch. Es war aber auch cool. So, Tim saß mit der Ball E. Ich hab im genauen Moment, wie ich Finn da rumstehen. Er macht einfach nichts. Guckt auf den Weg. Ich dachte, ich werde das helfen. Du kannst dabei weiter W drücken, ne? Das ist ja klar. Oh. Oh. Mann, ey. Jede Runde kriegte ich einen Traitor und trotzdem Sacken. Du hast einen Traitor gekillt? Ja. Ja, ich hab einen Spin getillt. Und ich hab dich gekillt. Ich hab die Vorarbeit geleistet. Jetzt haben wir ein Maul, Alter. Tim, wir waren nebel. Ich konnte den ja nicht sehen. Ich konnte den ja nicht sehen. Ich konnte den ja nicht sehen. Das war schön. Dadurch, dass ihr gelacht habt, wusste ich schon, dass er irgendwo bei mir in der Nähe ist. Hat trotzdem nichts gebracht, leider. Peng! Oh. Oh, das war knapp. Aber jetzt kann ich mich ja vielleicht nochmal beweisen. Später. Soll du Traitor bist? Nein. Nein! 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 Timo, wo kann man das denn anmachen? Sie auf dem Stein oder was? Ja. Auf irgendein von diesem... Das ist kein Stein. Das ist ne Ocarina. Ocarina of time! Kann man die, kann man die, kann man die anzuhören? Kann man die, kann man die antwarten? Ich gehe das? Ocarina ist ein Instrument! Ich bin Leo. Das hat nichts mit Carina zu tun. Seine Mutter nennt mich auch immer Ocarina, weil sie meinen Schwanz immer reinfällt. OOOCH CARINA!!! Das ist dein... Das ist dein... Das ist dein... dein... dein Zollügen. Stacken haben wir Magnetis Ding und ich tötet dich. Das stimmt. Das ist stimmt. Das stimmt auch. Pärnis. What's happening here? Woah 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 woah! Woah 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 woah! Keep calm, keep calm, keep calm, keep calm. Scheiße, nur ein bisschen auf den Sack gehen, keine Sorge. Dann mit der PAM! Dann mit der PAM! Oh, du bist weg. Du hast mich ausgetrickst. Scheiße. Ach, ich geh jetzt einfach. Ich geh anderen auf den Sack. Äh, hier ist ne Leiche! Alles klar! Ja, und das ist Tore. Womit gekillt? Tore und ich hab Tore gekillt. Leute! Ah, ich bin Proven, das ist schön. Ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen sicher. Ich bin aber auch gleich tot. Mann Tore! Du bist Tömmisch. Ich bin auch ein Schrotzrares für mich. Ich bin wieder an den Master Geo P. Oh! Halt, du gehst auf den Seite! Ist ja okay. Du versteuerst und du bist tot. Und bist tot. Wer lebt uns noch, Finn? Ich lebe noch. Ah, schön! Alter, ich lebe noch mit zwei Schüssen. Ich treffe mit vier Trotz der Blut. Reite! Wolltest du das mal wieder beruhigen bitte, ja? Mann, da ich sonst so scheiße bin, braucht ich das einfach mal. Ist ja beide diskutiert. Da liegen sie beide! Sogar Leon! Timo, lebst du noch eigentlich? Findest du? Wieder noch lebt. Oh, Ender ist noch nicht. Nee, das ist Tim. Sogar besser als... Tim lebt noch, Leute! Hey, ja, ich hab ja den Kampf gegen Tore überlebt und ich bin Proven dadurch. Aber ich glaub, Tim ist es. Echt nett, Timo. Ich bin's. Das hab ich Leon schon längst getötet. Der war übel so bei mir. Alter! Hallo! Leon, kannst du das bestätigen? Was? Kann ich bestätigen? Aber Tim nicht hätte töten können. Das hätte er tun können, ja. Ja, dann bleibt ja noch Timo übrig. Oh, glaub ich auch. Oh, oh. Der ist nicht direkt bei mir. Hä? Dann pass mal auf Timo. Jetzt er weg. Da ist er. Ah, okay, es ist wirklich. Er hat mich abgeschossen. Wo seid ihr? Tim, du weißt, dass ich nicht bin, ne? Ja, da ist Timo, ich bin gleich. Da ist immer Lothhof. Ich bin weg. Oh Gott. Hab ihn. Damit hab ich jetzt aber nicht gerechnet. Mann, ey, Alter, das gibt's doch nicht. Du hast nix, Alter. Wieder nix gerissen, Alter. Kann man nicht für das alleine töten? Hm, Dore wird von Leon weggeklatscht. Drei, Mann, ich hatte einen, der hat dich schon besser. Hab es doch geil. Ey, das hab ich doch gemacht. Stimmt, Alter, ich hab genau dahinter. Ja. Timo, wie oft bist du eigentlich Traitor? Das ist echt so oft. Zu oft. Zu oft. Weil, umso öfter du bist, dann denkt man ja immer, ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja? Dann kriegen wir noch mal. Das ist das Spiel. Ja, das kann nicht so einfach, Mann. Ich kann mir noch zwei gehölt, glaub ich, eben, ne? Ich bin wieder Erster. Ey, das muss ich ändern. Mann, das, das nervt richtig, Alter. Ja. Gegen meine Nubigkeit zu verlieren. Ja, das ist ja noch schlimmer. Ja, das ist ja noch schlimmer. Ja, das kann ich jetzt gerade so gar nicht gewinnen können, Alter. Ah. Aber der kam mir da von der Seite, Alter. Ja, ich weiß, ich hab Polytechnisch genug. Boah, jetzt hab ich auch ein bisschen Blut geleckt, hier. Mann, Alter, da machen wir es wieder. Ey. Ich tritt gar nichts, irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wieso. Der hat eben als Ende so gesagt, wie war das Ende? Der hat eben gesagt, ja, da muss es ja Timo sein. Und dann, ich so, was? Mann, der wird neben mir, ich hätte einfach sagen sollen, wo. Ich bin so ein Romofürst. Ich finde es mittlerweile die Automatikwaffen fast besser als die Schrotze. Ja, die Automatikwaffe ist auch nicht. Boah, 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 boah. Sonst ist die Automatik auch ganz geil, aber die Schrotze ist... geil. Ich bin die Sniperin gar nicht. Traitor, Traitor, Traitor. Oh, ich bin noch Traitor. Komm, 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 komm. BAM. Ja, ich auch nicht. Deshalb kann Tim nochmal ganz so Punkte einheimsen. Soll er gehen noch fast nur. E, ich weiß nicht, er hat die ganze Zeit die Traitor-Kinde. Hey Tim. Bin hinter dir. Ich will den Diegelhaar, bitte. Danke. Ich hab eine, hallo. BAM! Wer ist denn denn? Nein, keiner hat grad keinen Bock drauf. Ich sag nochmal BAM! Wer hat denn da hinten gewixt? Ja, ich war da. Ich. Aber da außen sich gleich mehrere, die haben da zusammen gewixt. Wir haben das so abgemacht. Tim, ich darf, wir vertrauen uns zu dieser Runde. Ah! Endres? Wento? Lassen Sie das? Ja genau, die haben das genau gesehen. Wir vertrauen uns, ob du das willst oder nicht. Ich hab genau gesehen. Da hast du das Bier ausgetrickst. Ja, ich weiß, ich trink mich alle aus. Was tut ihr da? Ich werd angeschossen. Äh, echt jetzt? Ja, weiß ich nicht. Who was it? From where? Where was it? Who was it? Who was my christian mister? Finn? Ja? Oh, Tim, wir da sind. Mein Endres ist das Egel, der sagt wieder nichts. Ich werd wieder angeschossen. Ich hab grad gesehen, wie er getroffen wurde. What was happened here? Ich werd angeschossen, ne? Ich hab noch 50 HP. Du hast doch Endres, der war mit der Sniper oben. Hallo. Hey, Hugo, ich war mit Timo und Leon da. Wenn die Dresden aber, dann kannst du eigentlich nicht sein. Irgendeine Entfernung schaffen wir uns. Na, 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 na. Was hab ich denn gemacht? Also Endres, du bist das doch locker. Du bist das locker. Nee, nee. Du bist das locker. Nee, der ist dieser. Jetzt würde er mich schon längst angeschossen, wenn er innocent wäre. Weil er denkt, dass ich es bin. Weil ich so auffällig anscheinend wäre. Ja, ich war doch neben dir, Digga. Ja, ich weiß. Ja. Hier wurde Finn angeschossen. Ey, da war so eine richtige Schlange. Da ist der Torel hinten dran. Ja. Äh, der Torel. Ja, das war alles. Ja, gut. Endres hab ich immer so viel spart. Wie sagt er, als er direkt vor mich steht? Ja. Ja. Ey. Ist das Schuss halt? Ja. Ich hab nur neben deine Wüse geschlossen. Ich hab nur neben deine Wüse geschlossen. Ich hab nur 37 HP, ne? Ich hab nur 37 HP, ne? Also. Ich hab nur einen Incentry hier. Guck mal. Jetzt kann man erstmal verstreuen. Ah! Ich bin weg von mich. Einzelschuss. 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 Ja. Muss ja eigentlich. Also wenn du eine Huge gewesen hast. Das kann natürlich auch sein. Äh. Also fräsen Junge kann das eigentlich nicht gewesen sein. Das muss ja. Komm so. Ja, der kann nicht sein. Einzelschuss habe ich nicht. Erstens kann der nicht schießen und der hatte eine Schotenschwerte. Das stimmt. Das heißt, es ist Zeit hinterher. Das nervt richtig. Ja, das ist ein Ich wie wohl. Ja, das ist Tore. LOLL! 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 Wer hat da getötet? Alle. Endres. Endres. Alle. Wer ist denn das? Dann ist es Leon, wa? Ja, das war Tore. Ja, wo ist es? Oder ne Finn. Oder Finn? Nein, nicht von angeschossene Idioten. Oh dann. LOLL! Shit! Oh shit! Ja, wo seid ihr überhaupt? Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Das kann sein. Und wer ist es? Boah, wie geil! Finn, Alter! Was war das denn? Der einzige, der noch gelebt hat? Ja! Ja! Ich bin ja voll der Idiot. Ich habe noch vor allen Dingen voll geredet. Oh, das ist ungünstig. Wer ist denn da eigentlich? Oh, der arme Endres. Endres. Okay, der aus der Entfernung, der war echt unfair. Was der jetzt getroffen hat, muss ich sagen. Ich dachte, wieso mach... Ja, das war wirklich unfair, muss ich sagen. Aber ey, hier Dings. Timo und dich. So, 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 so. Bin ich gefordert. Das war okay. Hä? Ich war auch fast tot. Ich hatte noch 20 HP. Ja, aber da hättet ihr beide bestellen können. Wir standen voll weit weg von mir. Ja, wir standen... Es ist als ob Leon jetzt erster ist. Er ist gestorben. Ah, Karma. Folge 50. Geht mir Craft. MeinCraft. Wie Minecraft. MyCraft. Den hörst du? MyCraft. Finn, ich hab dich angeschossen. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ah. War an versehen. Ich hab mit der Liege geballert. Ein bisschen lustig. Dann hab ich mich getroffen. Hast du aber nichts dazu gesagt? Ich hab dich angeschossen. Ich hab gesagt, oh du wirst angeschossen. Dann bin ich hergegangen. Boah, ich wollte eigentlich noch die ganze Zeit die Ocarina aktivieren. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ich hab keinen richtigen Spot umfängen. Nächstes Mal mach ich dich einfach weg. Ja, okay. Ist ja okay. Aber dann werde ich wahrscheinlich wieder InnoSim sein und kriegst Minuspunkte. Ja komm, wo bist du? Du Opfer. Ich hab ja Angst, dass du das bist irgendwie. Mhm. Junge, ich war jetzt schon dreimal. Ich war doch gar nicht. Au. Ich war einmal. Ich war einmal. Ich hab B verloren, so Mist. Ich war null. Ach, das war doch. Hallo. Du weh'n jetzt. Leon ist hier. Oh. Ich steh' auch einfach still. Ah, vielleicht seid ihr beide. Vielleicht seid ihr sonst. Mach sie hier. Wow. Kann ich auch. Finn folgt mir schon wieder. Moment. Wegschieben. Weil ich dir letzte Runde auch gefolgt hab. Du schießt mich an, du kriegst. Ich will dich wegschieben. Funktioniert nicht. Ja. Und gleich kommt ja einer rein, wir haben ja den Dschihad. Bumm. Lalalalalalalala. Nein, das hört sich echt an. Schreckt mir, ey. Ich hab lange... Ich hab leider nicht die Angst gekriegt. Was? Ich hab ne eile Stimme. Ich will die hochheben, das geht nicht. Das willst du hochheben. Das da. Deine Mutter hätte ich noch nicht verheben. Das ist wieder Finn mit seiner Standardstrecke. Und der kommt so auf mich zu, Alter. Imo, wo bist du? Finn verpisst mich. Ja, ist ja gut, Alter. Hey, ich bin hurt? Na, hey. Na, hey. Aber ich bin hurt. Sondern es ist doch egal, warum ich hurt bin oder nicht. Also, das kommt ja nicht. Deshalb bin ich ja kein Stress, oder? Kann es sein, dass du gerade ein heftiges Battle hattest? Tore ist Hure. Achso, okay. Da hab ich jetzt nicht gedacht. Tore heißt Hure. Hure. Tore ist ein Hure. Tore Hure. Tore Hure. Tore Hure. Bam, hab ich gemeint. Tore Hure. Ja, zum zweiten Mal war die gleiche Situation. Ich hasse Leid an diesem Spiel. Das wäre richtig lustig. Jetzt wird sich richtig lohnen, Alter. Oh, Leute. Lalalalalalalalalala. In the middle. In the middle of the night. Timo und Tore nicht. Und ich hab eben in meiner Traitor-Runde gesehen, dass man das Ding nicht von weiterer Entfernung zünden kann. Das macht man doch bei den Blumen, ne? Ja, Timo oder Finn. Timo ist das. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war weit weg. Oh, Leute. Wer ist das? Wo ist Tim? Wo ist Tim? Wo ist Tim? Ich war weit weg, Mann. Ich hab... Was? Wer war das? Timo? Warst du das? Was? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Timo und Finn, oder was? Alles klar. Was? Loll! Nein! Mann, Alter! Was? Ngon! Das sah geil aus! Boah! Das hat Okel gestern auch mit mir gemacht, ja? Das hat er gestern auch Eiskelt gemacht. Boah, Alter. Kann ich nicht wahr sein? Da hab ich mich auch immer aufgeregt. Diese friedliche Musik da schön zu. Maul jetzt. Wer lebt denn jetzt eigentlich nur alles? Sim und? Sim? Alter. Na okay, die 2 kommt wahrscheinlich nicht so gut. Ich ging einfach über den Leichen. Ah, da. Ja. Uh, du Frechdachs. Okay, ich bin tot. Alter. Timo, ne? Timo, ey. Ja, ich weiß nicht, das wäre eine normale Shotgun. Das tut mir auch leid. Tut mir leid, Timo, ne? Du bist der schlechteste Gary-Botspieler, der ich hier ginge. Das hat er gestern auch gemacht. Der hat auch mich gekillt und hat sich dann selber umgebracht. Ey, wieso spielst du mit der Pum? Wieso? Das war kein Abzug. Ich dachte, das wäre eine normale Shotgun. Ich dachte, das hinten wäre wer anders. Hast du es aufgenommen, Leon? Das war richtig witzig, ey. Ich habe die ganze Runde keinen Schuss aufgesetzt und wusste nicht, dass ich eine Pumflot gemacht habe. Ich habe die Mega-Legs. Deswegen muss ich kurz. Das war genau das. Das war genau das. Nee. Genau.